Europa Universalis 4 Ich glaube, dass wir da besser stehen, weil dann können die auf jeden Fall ihre Truppen nicht wiederholen. Das ist mir auch wichtig. Und dann haben wir hier noch einen Berater frei und ich bin der Meinung, dass wir zusehen müssen, wenn wir gegen die Franzosen jetzt irgendwie einen Frieden kriegen, dass wir dann noch einen Verbündeten brauchen. Und da würde ich gerne mal reingucken, wie das hier so aussieht. Eine diplomatische Aktion. Bündnis ist ganz schlecht. Gucken wir mal, ob wir jemanden finden, der mit uns ein besseres Bündnis eingehen würde. Aber ist auch ganz schlecht. Aragon. Auch schlecht. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall dann einen Verbündeten. Wen haben wir denn das? Die sind sowieso, glaube ich, komplett gegen uns. Das ist schlecht. Warte mal, wir können ja mal gucken, wie gut die Beziehung insgesamt noch hier im Grünen. Das ist 70. Das ist 25. Dann wären eigentlich die Spanier die Besseren. Gucken aber gerade. Marokko, Wünsche, Deutschland, Provence. Wen ist verbündet mit Navarra? Okay. Und die Portugiesen. Kastilien. Okay. Was ist mit denen? Das ist ein Junior-Partner von Neapel. Okay. Und verbindet mit denen. Februar 1537. Das sind also nur vier Jahre. Okay. Die sind mit Spanien im Boot. Wo ist Neapel? Ist das Neapel? Ja. Aragon. Achso, das sind die Führenden. Und die haben dann noch die Napoleoner im Schlepptor. So rum ist es. Okay. So, das ist jetzt die Frage. Wer ist der bessere? Spanien hat 70 plus. Feudalen-Monarchie? Die haben Elf-Technik. Die auch. Hm. Jetzt ist die Frage, wen wir damit ins Boot nehmen. Die Portugiesen. Wie groß sind die denn? Oder die Tunesien, Portugiesen. Sind die schon irgendwo rübergewandert? Das ist was? Das ist Britannia? Tatsächlich. Die Britannia hat schon Landungen hier. Aber Portugal? Ne, das ist Kuba. Kann man jetzt nicht sehen, wer da so sitzt. Okay. Okay. Kastilien oder Portugal ist dann die Frage. Kastilien ist hier schon ein bisschen besser. Und ich glaube, wir verbessern da noch die Beziehung. Dann haben wir den Dritten jetzt auch unterwegs. Was haben wir hier unten noch? Spionage-Netzwerk gegen die netten Britannien-Leute. 35 brauchen wir da noch was offen. Dann müssen wir erst das zumachen und da reingucken. Anspruch besteht da nicht. Okay. Okay. Deswegen haben wir das da auch nicht. Da besteht er. Und da besteht er auch. Amor und Mobihan. Die beiden wollen wir noch einen Anspruch drauf haben wahrscheinlich. Gut. Deswegen machen wir das. Kastilien verbessern. Was ist Anibara? Das war glaube ich eine Aufgabe. Ja, okay. Müssen wir 100 haben. Die Frage, wie viel haben wir? Die sind ja hier. 67. Das dauert auch noch ein bisschen. Ach, was haben wir hier denn noch? Lothian. Müssen wir noch zur Kernprovinz machen. Das ist hier. Geht das? 101 haben wir gerade mal eine administrative Macht. Komm, das machen wir auf jeden Fall. Dann ist das auch schon erledigt. Das sind Provinzen, die uns nicht gehören. Das ist klar. Nationale Entscheidungen. Wir nehmen die Gegeninformation an. Weiß ich nicht. Das hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich halte da nichts von. Freien Beraterplatz. Korruption steigt. Ja, das ist jetzt gerade kriegsmäßig. Haben wir denn Steuern hier? Okay, die erheben wir mal. Dann sind wir schon sogar im Plus. Cool. Wie sieht es da aus? Die sind nur 30% loyal. Na ja, das lassen wir jetzt mal so, oder? Was haben wir denn hier so? Das war der Klerus, ne? Oder? Aber warte mal, wo sind wir denn da? Das ist der Klerus, der das kriegt. Da ist der Klerus schon drin, ne? Kein Stand. Ändert sich was, wenn ich das so mache? Ja. Gut. Dann können wir das so lassen. Kriegsmüdigkeit. Diplomatische Macht. Verringernbar. Müssen wir jetzt machen, weil wir gerade mit den Franzosen so cool drauf sind, ne? Das ist klar. Unruhen gibt es immer noch. 50 und 20. Das wird nachher nochmal kommen, das ist dann so. Land ist immer noch mit Frankreich im Krieg. So. Und jetzt müssen wir mal schauen, das war kurze Pause, rausnehmen und hoffen, dass da jetzt gleich wer erscheint und wir aber eher da sind. Da sind sie mit 3,7. Ah, was ist das? Kosteninfantrieb, oh super. Urkund hat uns als Rivalen bestimmt, okay. So, jetzt ist die Frage, was passiert? Kommen die, kommen die nicht? Die stehen da jetzt. Agentin, ah, da kommen sie jetzt. So, in Ordnung. Okay. Standmodifikator abgelaufen. Okay. Österreich macht einen Entwicklungsbeschleunigten. Okay, wir haben hier einen Krieg. Den lassen wir jetzt mal laufen und gucken, wie wir da abschneiden. Das sieht gerade gut aus. Sie berichten von den Ergebnissen. Okay. Ja, das sieht sehr gut aus. Jetzt müssen wir nur wissen, wo die hinlaufen, dass wir sie komplett zerschlagen. Aber wir kommen wieder nicht nach, naja. Wir gehen nochmal da runter und befreien den Turm. Die kommen nicht runter, das ist schon mal cool. Angebot von denen, da will ich jetzt gar nichts von wissen zurzeit. Sie berichten von der Filzhüte, okay. Kommen die wieder oder nicht, das ist die Frage, ne? Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir das hier hinkriegen. Das ist die Frage, ob wir die acht Leute noch übersetzen oder nicht. Aber irgendwie eigentlich nicht. Nicht, dass wir hier hinten rum noch irgendwo wen haben. Nein, haben wir nicht. 3, 9, 3, 8. Ich muss unbedingt das Land befreien. Da rüsten sie gerade auf. Vielleicht können wir das hier auch mal gerade noch machen. Oh, hier können wir eine Kanone machen. Das ist wichtig. Ich glaube, wir haben gar keine, ne? Ne, das ist wichtig, dass wir eine Kanone kriegen. So, stopp. Kriegsgrund. Ich möchte eher da sein wie die. Diesmal möchte ich dann auch, dass wir die dann vernichtend schlagen. Okay. Sind jetzt nicht da. Kommen jetzt aber. Wir haben, verlieren Stabilität. 80, du Garten verlieren wir. Stabilität ist plus 1. Kriegen wir die hochgedrückt? Lass mal wieder 1 haben. Leider nicht. Gut, dann kostet uns das jetzt Geld. Ich kann die Stabilität jetzt nicht vernachlässigen. Das lehnen wir ab. Und nehmen den Kampf an. Was ist das? Kredit verlängert. Okay. Nochmal. Lasse kommen. Oh, ich möchte jetzt hier nicht so viele Fenster. Ich möchte sehen, wie die kämpfen. Embargo. Wer ist das? Flandern. Okay. Die bereiten den Krieg vor, die Flandernerer. Da können wir nicht hinziehen, weil der Turm da ist? Oder wie sehe ich das? Deswegen hauen die immer nach da ab, ne? Ah, die haben sich so erholt. So, das heißt für mich... Im Kriegsrund gegen Holland. Pause ist drinnen. Wohin hauen die ab? Nach da oben. Da können wir nicht immer hin. Das ist das Problem. So, das bedeutet für mich, wir müssen unbedingt... Hier der Schiffe rüberholen. Die 8 Leute rüberholen. Das hat anders keinen Sinn. Ablehnen. Wir kriegen sonst da einen auf die Mütze. Und wir haben es gerade freigekämpft, ne? Komm, geht da drauf aufs Schiff. Und dann fahrt ihr runter. Gut. Die kommen schon wieder, ne? Unsere Schiffe sind schon da, ja. Stopp mal. Wo sind die Truppen? Ach, die sitzen schon an Land. Wunderbar. Und fahr mit den Schiffen wieder da runter. Na, da hoch, nicht da runter. Und diesmal haben wir 28. Okay. Angebot hier aus Frankreich. Lehnen wir ab. Da könnten wir es bauen. Das wollen wir nicht. Alles andere ist im grünen Bereich. Die Schiffe sind jetzt gerade nicht wichtig. Da kommt wieder der Kampf. Stopp mal. Okay, wir haben eine Mission erfüllt. Das müsste jetzt... Das ist ein Befehlshaber ist gestorben. Mitten in der Schlacht, du glaubst es nicht. Und die sind auch noch nicht mal zusammengeführt, sehe ich gerade. Das ist ja ganz schlecht, ne? Okay, dann lass uns gerade den Befehlshaber erstmal nachziehen wieder. Ah, da. Ah, das ist aber nicht der gewesen. Ach, Royal Navy, okay. Okay. Gut, aber den kann ich glaube jetzt nicht in die Truppe einsetzen, ne? Weil die gerade am Kämpfen sind, okay? Ich hoffe, die schaffen das jetzt so. Ja, sieht gut aus. Und da kann ich wieder nicht hinziehen, ne? Das ist das Problem. Zack, gewonnen. So, jetzt auf jeden Fall den... Und das. So. Kommt wieder ein Angebot von den... Lehnen wir ab. So. Jetzt lass uns da mal den Turm erst freimachen. Äh... Stopp mal. Die kommen wieder runter. Kriegen gleich wieder einen auf die Mütze. Konstruiert eine... Erobert Picardy. Picardy war da oben, ne? Wo steht denn das jetzt? Ne, Picardy ist wo? Doch, das muss doch hier oben sein, die Picardy, ne? Paris. Le Monde. Hä? Ach so, das ist unsere eigene... Ne, auch nicht. Ach, das ist die Picardy. Naja, das ist jetzt aber gerade nicht, äh... Ne? Mit den Franzosen im Krieg. Das geht also nicht. Also, das ist erledigt. Das ist da. Äh... Freier Beraterplatz. Die kommen mit Vieren wieder an. Und wir müssen jetzt warten. Lass die da ruhig reinlaufen. Das hat keinen Sinn so. Ich muss jetzt erst noch hier den Turm freimachen. Das ist ja immer ein Hin und Her sonst, ne? 4,7. Aber die greifen uns auch direkt an, oder? Wie sehe ich das? Mauern durchbrochen. Oh, das ist schon mal cool. Dann haben wir es vielleicht gleich frei. Britannia. Unser Agent wurde entdeckt. So, dann... können wir den nach Hause schicken. Aber das reichte nicht, ne? Für hier Anspruch zu fingieren, oder? Ne, 35. Und das waren 25 oder so, ne? Okay, aber... Wenn der wiederkommt... Ah, warte mal. Dieser hier, der kann auf jeden Fall auch zurück. Lass uns da mal hinschicken. Also, wir müssen erst die 4 Tage jetzt abwarten. Ne, die 17 kommen nicht, ne? Das ist echt unser Glück momentan. Und dann gibt es jetzt wieder eine Schlacht. Ist schon bereit. Dann möchte ich jetzt gerade erst mal gucken, dass wir hier... Das ist schon Portugal. Beziehung, Beschersen, Gemachung. Verbessern. Beziehung von Aragon verbessern. Gut. Warte mal, das war 29. Das ist 100. Das ist schon mal cool. Und das ist 29. Gucken wir ja dann nachher glücklicherweise vielleicht ein Bündnis mit uns schließt, weil dann sind wir ein bisschen sicherer, ne? So, hier klappt's diesmal. Und wir müssen gucken, wo die hinlaufen. Damit wir sie kaputt kriegen. Das kann ich so wieder nicht machen. Ich muss da oben das haben, damit ich die nachziehen kann. Da lang. Das ist gewonnen. Und kriegen wir die noch? Die sind, glaub, weg. Oder? Ja. Oh, shit. Das ist einfach nicht gut. Okay. Die meinen immer noch, dass sie was von uns kriegen können. Das senken. Noch mal senken. Macht noch was anderes Sinn? Nein, macht jetzt gerade keinen Sinn. Ja. 17. Ist die Kanone eigentlich schon da drin? Ja. Eigentlich müssten wir noch eine machen, ne? Wegen der Belagerung. Da brauchen wir mehr Kanonen. Ist die Frage, ob wir sie hier reinkriegen oder nicht, ne? Gut. Okay. Aber, ich sag mal, wir sind auf einem guten Weg. Wollen hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen, die mal kaputt zu machen. Wir haben natürlich auch nur 22,5. Das wird hier weniger. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin, denke ich mal. Wir müssen noch aufpassen, dass nicht uns irgendwer anders noch angreift. Und dann müssen wir zusehen, wenn wir hier weiterkommen, dass wir auf jeden Fall nach Friedenserklärung und Verbündeten kriegen. Okay. Dann würde ich aber sagen, erst mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.